P-P-P-Pad, Riot, Horror-Battle, geiler Futter, Stuff-Bot Zweite Runde, VWC, M.A.C. im Boss-Mode Pad, Riot, schwanzlos, ich rapp auf Kommando Rappers im Kumpel, du battle, ich seh aus wie Rambo Prima-Tune ist einfach nicht so ne Fit-Riss Das ist nicht witzig, das ist Serious-Business Und ich weiß schon Bescheid, du hast Teil, aber leider nicht genug für das Battle hier Der Opponierwald nimmt dir leider auch nicht weiter, weil du weißt, was du jetzt verlierst So Donkert hätte ich den Vater gewonnen Ich komm ins Affenhaus, dann wird deine Banane zermatscht Beim Fußball habt ihr es immerhin ins Finale geschafft Doch hier ist Schluss für dich, genug mit dem Affentheater, das wusste dich Ich guck jetzt nicht mehr hin, bis du verschwunden bist Oh, 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 du bist noch da, schöne Frisur und noch schöner Rabatt Den hab ich auch, hä, wo ist er hin? Egal, ich steh einfach hart rum wie ein Pin M zu den A wie der Welt des Tages, darauf hat die Welt gewartet Ich komm zum Messerstechterei mit einer Gabel Und gewähne trotzdem einfach so Klappe zu auf, du gehst, schau mal in die VBT-Zuschauerin Und versuch's nächster noch einmal Du bekommst es jeden Tag von deinem Vater annahmt Deswegen geb ich dir einen Tipp Versuch nicht mit, mach Mut zu ficken Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal